Was hatten die da? Was hatten die da? Sieht aus wie ein Förmchen. Nee, das ist kein Förmchen. Das ist was anderes. Das ist ein oller Weingummischnuller. Ach du Scheiße! Ihr Revier ist das Kinderzimmer. Ihre Gegner frech, laut und völlig unberechenbar. Nerven am Limit. Volles Chaos und Alarm für Mutti 11. Ganz ruhig, Marie. Leg das einfach wieder hin. Ganz ruhig. Marie, Mama und Papa haben dich ganz doll lieb. Aber jetzt legst du das aus der Hand, okay? Dir wird nichts passieren, das verspreche ich dir. Es muss hier überhaupt niemandem was passieren. Aber jetzt leg das aus der Hand. Ganz genau, leg das einfach wieder hin. Das ist bäh. Das ist ganz doll bäh. Wir brauchen ein Abdeckungsmanöver. Okay. Hey, guck Marie, wen ich hier habe. Ist das dein Teddy? Oh, da sitzt der Marie. Mhm. Hallo. Schau mal, was die Marie da in der Hand hat. Oh, das ist aber nicht so schön. Das solltest du aus der Hand legen. Mhm, Teddy. Da hast du vollkommen recht. Nein! 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 Das war knapp. Haben wir nochmal Glück gehabt. Von jetzt an wird nur noch zu Hause gespielt. Das ist mir einfach zu gefährlich. Ja, lass uns gehen. Komm. Bye!